servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute dreht sich noch mal alles um neue 9.2 mounts und an dieser stelle kann ich schon mal sagen zum einen teil werde ich sachen loben zum anderen teil muss ich aber auch mal wieder kritisieren denn wir wissen dass blizzard oftmals auf recolors setzt vor allem wenn es um seasonal mounts geht aus mythic plus oder arena da war es ja auch in den vergangenen addons schon immer so dass blizzard da dann das mount immer wieder gebracht hat in den folgenden seasons nur eben als recolor einige von euch haben gemeint das sollte ich nicht kritisieren das wäre schon immer so gewesen aber nur weil es immer so war muss das ja nicht heißen dass es gut ist man könnte sich aber einfach die mühe machen und ein neues mount design dafür werden die leute bezahlt dort bei blizzard denn man sieht ja wenn was in den shop kommen soll ist es auch möglich innerhalb kurzer zeit ein neues mount zu gestalten und das sogar mit einem model welches vorher noch nicht im spiel war aber kommen wir zum eigentlichen thema und zwar das neue arena mount das ist dieser soul eater hier an sich und nicht dass wir uns da falsch verstehen ein super geiles mount auch das hier finde ich sehr sehr schön dieser drache sieht einfach nur super fies aus die flügel sind super sexy und ich mag das model das würde ich tatsächlich auch benutzen allerdings bin ich zu schlecht im pvp also kein cooles mount für mich also wie gesagt das mount finde ich super super geil gab es aber halt schon mal in vorherigen seasons in anderen farbtönen und hier kommt dann der kritikpunkt ich finde in diesem patch war blizzard super faul in sachen recolor wir merken uns mal wie das mount aussah es ist nämlich noch eins aufgetaucht in den spieldateien wo man aber nicht weiß wie man es bekommt das ist dieses rote stück hier und das sieht das sieht geil aus da muss ich sogar sagen selbst für den recolor richtig richtig gut und ich verstehe nicht warum sie das zum beispiel nicht ins spiel bringen die rote farbe sieht super fies aus die roten augen sehen super fies aus einfach so sieht das mount super fies aus also im positiven sinne fies da weißt du schon wer da drauf sitzt der scheppert dich gleich mal mit anlauf gegen die wand aber so kommt es halt leider nicht stattdessen bekommen wir eben wie gesagt oder wir nicht vor allem ich nicht ihr pvp spieler die gut sind bekommen dieses mount ja und damit kommen wir dann zum thema merkt euch die augenfarbe hier grün alles in allem ein ja sehr heller grauer farbton grau silber auch die rüstung das ist der aktuelle farbton zur erinnerung das ist das mount der letzten season und wenn ich da jetzt ehrlich bin die haut ist ein bisschen grauer aber ansonsten die rüstung ist würde ich fast sagen selber farbton und die augen sind bei dem model blau anstatt grün und da muss ich sagen dass es selbst für recolor verhältnisse sehr faul also da verstehe ich nicht warum man also dieses mit den grünen augen das wird das pvp model und das rote weiß man nicht ob es überhaupt ins spiel kommt da frage ich mich dann nimm doch das rote lieber das sieht viel cooler aus und beim anderen wird halt gefühlt eigentlich nur die augenfarbe geändert und vielleicht an einem regler gedreht dass die haut ein bisschen heller ist und das war's das finde ich sehr sehr schade wenn du schon recolors machst weiß ich nicht dann machst du so dass die mounts wirklich sich stark voneinander unterscheiden und weiß ich nicht jedes irgendwie einzigartig und fies und mit einem besonders coolen farbton ist und nicht einfach nur die augenfarbe ändern dann zack fertig das war's und wir gucken uns auch noch mal das mount von season 1 an das war dieses gute stück in schwarz mit roten augen sehr sehr geiles mount also wie gesagt das model finde ich großartig dass es recolors sind finde ich persönlich nicht gut aber gut ist nun mal so aber ich finde wenn du dann schon eins machst dann ändert nicht einfach nur die augenfarbe sieht man ja hier auch das schwarz rot sieht super also schwarz mit roten augen sieht super geil aus und das andere was wir in der ersten folie slide gesehen haben quasi war rot mit roten augen es ist dasselbe model aber es sieht halt trotzdem beides sehr sehr unterschiedlich und trotzdem geil aus so da finde ich sollte man hingehen mit solchen recolors und nicht einfach nur weiß nicht oh guck mal der finger der nagel andere der rechten klaue hat jetzt einen anderen farbton so ungefähr also das ja das ist schon das ist schon ziemlich sexy da bin ich auch etwas neidisch drauf gut das kriegst du ja jetzt eh nicht mehr erhältlich aber das ist ein geiles mount das kann man schon kann man schon so sagen aber wo wir beim thema geile mounts sind es wird ein paar neue mounts geben mit patch 9.2 und da haben wir jetzt noch mal ein bisschen besseren einblick in eine variante das ist übrigens noch mal des season 2 aus einer anderen perspektive und das sieht halt fast genauso aus wie das aus diesen drei aber gut und zwar bekommen wir wespen mounts mit patch 9.2 hier auf englisch werden die vespoid genannt ähm richtig richtig nice die dinger gefallen mir super gut also wir haben einmal einen bronzenen vespoid was zum einen natürlich diesen zeres mortis touch hat also dass hier die einzelnen gliedmaßen im abstand voneinander schweben und so weiter das ist normalerweise natürlich nicht so aber trotzdem das ding sieht unverkennbar aus wie eine wespe und nichtsdestotrotz erkennt man den besonderen touch des gebietes und deswegen das mount ist ziemlich ziemlich cool finde ich persönlich hat einen sehr schönen touch dass die flügel so transparent sind finde ich sehr sehr geil und auch so das ding sieht auch sieht schon fies aus irgendwie muss ich sagen hinten mit dem stachel noch dran also ich habe ja in echt ich hasse wespen und hornissen und so ein krams aber das mount sieht schon gut aus und das gibt es dann auch in verschiedenen farbvarianten wir haben einmal bass das ist dann in so einen silber farbton gehüllt das gefällt mir auch sehr sehr gut fast sogar noch besser eigentlich und das meinte ich weil nicht zweimal dasselbe mount in unterschiedlichen farbvarianten aber irgendwie cool sind beide das gefällt mir auch sehr sehr gut das ist auch so ein bisschen glänzend schimmernd ist das gibt dem ganzen echt so ein weiß ich nicht spacigen look finde ich sehr sehr cool und wir haben noch zwei weitere varianten einmal eine rote wespe mit silber drauf auch das gefällt mir optisch sehr sehr gut hier sieht man ein bisschen ihr seht das richtig wenn man hier an dem part wenn man es bewegt es hat den anschein als würde die oberfläche so ein bisschen schimmern ja also das hat schon was gefällt mir echt gut bin mal gespannt wo man dann sitzen wird hier so vielleicht ein sattel drauf möglich da gibt es da auch was kann man so angucken wie es aussieht wenn es fliegt gut sterben wird es nicht da ist ein mount ist kann man es auch mit walk also sieht es aus wenn es läuft das ist auch ganz lustig sieht man auch wie es aussieht wenn da ein chart drauf sitzt ich glaube tatsächlich nicht aber nichtsdestotrotz ich finde das mount und ziemlich ziemlich cool gefällt mir echt gut walk backwards das sieht so aus das zurückfliegen und dann haben wir noch einmal eine finale variante in gold silber und das sieht auch richtig nice aus wow also ich glaube das ist sogar mein favorit da hätte ich bock drauf auf das ding es ist noch nicht bekannt wie wir sie bekommen wobei möglicherweise über dieses mount craft system da waren ja auch ein paar wespen drin dieser bass da der einen eigenständigen namen hat durchaus möglich dass das beispielsweise von einem rare mob droppt aber warten wir mal ab coole coole mounts gucken ich freue mich drauf schreibt gerne doch alle werden gecraftet über dieses neue mount craft system gut gut also da hätte ich bock drauf die möchte ich gerne haben schreibt mir eure meinung dazu gerne in die kommentare wenn euch das video gefallen hat dann lasst gerne ein like und ein abo da wir stehen kurz vor den 10.000 können wir die dieses wochenende noch knacken wer weiß wer weiß mit eurer hilfe wäre es auf jeden fall möglich und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen ein